ich denke es gibt dort einen alten tunnel vielleicht können wir dort lang entkommen sie brechen durch ich habe eine idee ich stecke im limos fest von hier kann ich sie nicht aufhalten jetzt sind wir in der echten welt und können agieren das ist sehr cool da kann ich jetzt dann mal da weiter da kann ich die wand einreißen das ist ja geil dass wir jetzt in der echten welt sind aber eigentlich im limos noch ja lass mich doch ziehen gut durchs ketten wir können aber nur durch ketten mit ihr interagieren das ist cool dass sie jetzt auch noch wichtig wird dass sie halt ihre magie das ist sehr geil wo lang okay auf vorkehrt so gut dass hier alles schwarz weiß ist außer die lampe oder ist auch schwarz weiß ich bin mir unsicher ich glaube nicht dass er sich gesehen hat schon mies dass cat sich nicht wehren kann na hoffentlich geht das auch noch weiterhin gut wir können im limos nichts machen bis wir raus sind dauert es wohl noch ein bisschen ich kann springen okay aber schlagen kann ich nicht ich kann auch nur die dämonen waffe benutzen die engels waffe geht nicht ok theoretisch kann ich da noch einmal vorlaufen weil ich kann sie eh nicht beschützen und es kommt noch ein part wo ich sie beschützen muss indem ich sie leite oder so kann auch sein stopp obwohl ich hier im limos bin man weiß ja nie obwohl ich hier im limos bin man weiß ja nie versteck dich schnell in den raum versteck dich ich sagte doch nicht drin verdammt verdammt er kommt rein was tust du bleib im versteck mach schnell bitte ah ich muss den richtigen moment jetzt habe ich dich du schweilhund oh gott das wird so ätzend warum töten sie alle wir sind Terroristen schon vergessen das waren meine Freunde mir ist schlecht dafür werden sie bezahlen aber jetzt müssen wir erstmal virtual finden das wird so ätzend mit ihr beschützen und so glaube ich wenn es dann noch so weit kommt wie kommen die so weit mit den ganzen Codes und so die ganzen Türen mit den Codes sind doch noch zu naja ich glaube hier brauche ich nicht nach Secrets suchen sind wir da? sieht so aus als ob wir da wären scheint nicht ah da hinten ist so ein Zeichen was passiert hier klingendes schlechters mit gut abgepassten Schlägen können die klingendes schlechters abgewertet werden und ihn ungeschützt lassen ja das das versuch mal ok ich versuch es mal komm ah und dann ist er ah ok dann hat er keine Klingen mehr an der Hände ok das ist natürlich dann viel einfacher und warum sagt ihr mir sowas jetzt erst? hm ist auch lustig dass wieso treffe ich die denn so nicht dass Virgil nix gegen den ausrichten kann aber wir das ist cool ok so bist du viel einfacher muss man ja einfach mal so sagen ne ah ah danke Dante Kat du bist am Leben gibt es einen Weg hier raus ja ein Notausgang ich bring dich dorthin dann los nein warte noch was hier befinden sich Terabytes an geheimen Daten die dürfen sie nicht in die Hände bekommen ist das wirklich wichtig? sie würden alles über unsere Pläne wissen wenn sie an diese Daten kommen wäre alles was wir getan haben umsonst Kat ja die Selbstzerstörung du musst sie aktivieren sie brechen gleich durch die Dämonen brechen durch dafür haben wir keine Zeit dann mach Zeit Dante scheiße wird Kat sofort es wird nicht lang dauern Kat ich helf dir ok das wird ätzend stopp da ist ein Dings da ist ein Dings ich kann Verbesserungen benutzen Aquila je nachdem was da gleich kommt ähm die Musik ist immer noch so geil da 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 ok Aquila verbessert los geht's ach das sind Kettensägenviecher bei nicht lustig ich hoffe die können nicht irgendwie zu Kett und so durchbrechen das wäre ätzend wenn die das können so WTF das kann ich also auch ok awesome die Waffe ist so geil so jetzt kriegen sie mal so auf Fresse das klingt ja nicht allzu viel jetzt holen wir den allen mal auf den Kopf hier so der ist ne alter wie viele denn noch ach ein großer auch noch ja gut ach verdammt alter noch mehr verdammt ach ich achte nicht ich achte nur auf einen oh Gott könnt ihr mich mal alle in Ruhe lassen das wäre cool das wäre cool ich nicht auf die richtigen achte what the fuck ich will nicht runterfallen alter ok der ist schonmal gelähmt jetzt werde ich wieder ruhig weil die so scheiße sind oh ja das sind sie das sind sie sowas von scheiße die sind so scheiße ja oh dein Kumpel das ist vollkommen ok ich habe den jetzt gefetzt es sah zumindest so aus als ob er den gefetzt hätte explodier wüter Brütling geht alle kaputt ich weiß nämlich was aus euch wird ich weiß das nämlich ganz genau da kommen nämlich die großen raus wenn man euch zu lange leben lässt werden das die großen Krabbelmonster die so ähnlich aussehen das wollen wir nicht alter was kommt jetzt was ist das denn ach so alter noch mehr bitte noch mehr hey dante vielleicht hilft das großartig awesome danke für die Reven Revenment geil awesome shotgun die gehen dann mit 1 1 1 1 1 1 hit das ist natürlich sehr geil noch 2 minuten dante Burjel ich kann die Dämono so lange abhalten wie du brauchst aber ich kann cat nicht vor den Agenten beschützen beeil dich verstanden 2 minuten data löschung 45% abgeschlossen ok ist das jetzt noch Trap Oh oh Nein Moment Geht alle weg Geht alle weg ihr verdammten Viecher Alle verrecken Allesamt Aber bitte Okay Allesamt verrecken Hier ist noch einer So Verrecke Verrecke Aua Scheiß hab hier Die fallen runter Die fallen ins Loch Die awesome Aua Können wir die Harpier da eben über dem Loch zerstören Das wäre sehr praktisch Verdammt Die ist nicht über dem Loch gewesen Aber knapp Aua Könnt ihr mal abhauen Alle Oh wie die runterfallen Schön Wie viele denn noch Ist da was Fuck you all Geht es eigentlich noch über Sadistik hinaus Doch geht es Ich schaffe es Ich schaffe es Ne geht es nicht Doch Sensational Awesome Das ist natürlich sehr geil Und es gibt sogar Keine Trophäe dafür Dass man das geschafft hat Und anscheinend geht es noch über Sensational hinaus Aber das werde ich glaube ich nicht schaffen Oder vielleicht Ne Schaffe ich nicht Dafür fühlt er sich viel zu langsam auf Es ist schon ein Wunder Dass ich den so lange halten kann Bam 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 Das war cool Und jetzt Haben wir es geschafft Zwei Minuten sind eigentlich rum Ne Lass mich raten Zwei Minuten Es ist alles bereit Ich brauche nur noch eine Minute Um alles von den Servern zu holen Du bringst sie in Gefahr Das ist nur kein Garten Das ist wichtig Automatische Zündungssequenz Scharf machen Das sieht nicht gut aus Nein Geht es wirklich nicht Aber da müssen wir jetzt durch Dante Das sind nämlich die Brütlinge da Also daraus werden die Das werden diese Brütlinge Wenn man die zu lange leben lässt Glaube ich Würde ich jetzt mal behaupten Ah nein Das ist keine gute Idee Zu holen Wenn der gerade so in den Rage Modus drin ist Und trotzdem mache ich es Ich bin auch ein Held So Ich glaube du bist jetzt Geschichte Wie nein Aua Wie der mich mal kriegt Hau ab Komm schon Es ist fertig Sie sind gleich da Gehen wir Dante Warte Was? Was ist mit Cat? In der echten Welt gibt es keinen Ausweg Nein wir können ihr nicht helfen Gehen wir Wir können sie nicht zurücklassen Denk nach Dante Wir sind im Limbus und sie ist in der echten Welt Dieser Ort wird jederzeit hochgehen Er hat recht Wir können nichts tun Gehen wir Geh vor Ich komme gleich nach Dante Nur einen Moment Okay Hör mir zu Wir haben nicht viel Zeit Knie dich hin Halte die Hände hoch Versuch nicht dich zu wehren Ich habe Angst Was werden sie mir antun? Du musst so lange durchhalten Wie du nur kannst Ich komme und werde dich retten Nicht schießen Nein Scheiße Scheiße Komm rein Komm schon Dante Es ist noch nicht vorbei Fuck Cat kann doch nicht Jetzt nicht tot sein Nicht einfach so Die kommt doch wieder oder Die hat uns so viel geholfen Verdammt Finde ich echt scheiße Jetzt gerade von denen Finde ich echt doof Dass die sofort geschossen haben Okay Des Teufels Spiele Machen wir jetzt auch noch Okay Ich gehe